Nein, nicht schon wieder ein Honey Bunny aus der Sternchenwelt, das schwul ist. Bitte. Also genau genommen ja gleich zwei. Wenn wir uns mal bitte dieses aktuelle Instagram-Posting von Samu Haber anschauen. Zusammen mit Moderator Tore Schülermann gibt's hier Hashtag Forbidden Love at The Voice of Germany. Heide Witzka. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass die beiden Schnuckiputzis hier lustig drauf waren backstage von The Voice. Und das halt einfach echt ein kleiner Scherz ist, ne? Kein schlechter allerdings auch und mit vollem Einsatz, wenn ihr euch mal die lüsterne Zunge und den Blick vom Kollegen Schülermann anseht. Also ich will echt nicht wissen, was da trotz Witz nach dem Foto noch abgegangen ist bei den beiden.